Mit einem Konzert von der 36. Internationalen Jazzwoche in Burghausen mit der Django Reinhard Group erinnern wir an den 100. Geburtstag des Gitarrenvirtuosen. Django Reinhard war der erste europäische Jazzmusiker, der in den USA nicht nur Anerkennung fand, sondern dort mit seiner Spielweise sogar selbst musikalischen Einfluss ausübte. Obwohl er bei einem 1928 erlittenen Brandunfall die Bewegungsfähigkeit zweier Finger seiner linken Hand eingebüßt hatte, behauptete er sich als atemberaubender Gitarrenvirtuose. Gemeinsam mit dem Geiger Stéphane Grappelli war er bis zu seinem Tod 1953 die absolut herausragende Figur der französischen Jazzszene. Viel Spaß also mit dem Gypsy Swing der Django Reinhard Group. Keep on swinging bis zum nächsten Sonntag zur nächsten Ausgabe der Jazzmasters in unserem Sommer Jazz Special. Musik 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 Musik